Musik Na 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 na, wir wissen doch alle beide, dass an der ganzen Verwirrung alleine das Gas schuld ist. Starkes Zeug, lässt dich Dinge sehen. Aber keine Angst, wir bringen dich zu einem Spezialisten. Und ich weiß auch schon wo, in einer hübschen Klinik, gar nicht weit von hier, mit echtem Spitzenpersonal. Ja, jeder Spezialist, den man sich denken kann. Die sind sogar spezialisiert auf spezielle Fälle. So wie dich. Na, was sagst du? Gönnst du dir eine kleine Behandlung? Spitzenmäßig. Doch jetzt nichts riskieren. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Rush of Blood. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Zu einer neuen VR-Stunde bei Trend17TV. Euer Trans-Eck am Mic beginnt schon langsam wieder zu zittern. Die Geisterbahnfahrt hier, die Horrorfahrt geht schon in die vierte Runde jetzt. Ja, und ich bin gespannt, was uns heute hier wieder erwartet. Oh, wir haben dementsprechend kaltes Wetter hier. Das passt ja zum Winter, der uns schon kurz bevorsteht. So, und heute habe ich auch zur Abwechslung mal wieder meine Motion-Controller am Start hier. Ist irgendwie ein cooleres Feeling mit den Teilen hier. Und, wie ihr seht, das klappt ausgezeichnet hier. So, jetzt ist da vorne auch noch ein paar Ampervieh. Oh, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen... Oh, meine Lieber Schwan. Mal sehen, dass wir hier alles mitkriegen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ganz lieben Dank auch noch mal für euer super Feedback auf das Projekt. Ich werde hier noch ein richtiger VR-Fan. Ich meine, ich war immer schon ein VR-Fan, aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Euer Feedback. Vielen Dank noch mal dafür. Auch an alle, die das Video geliked haben. Und es wird noch einiges mehr kommen. Das kann ich euch versprechen auf meinem Channel. Ich habe mich noch nicht mal warm gelaufen mit VR. Und ich schätze mal, jetzt kommt gleich... ...ne Szene, die mir bestimmt nicht besonders... ...gefällt. Oh. Oh, war der nah. Ich hätte mich vielleicht doch mehr aufs Spiel konzentrieren sollen. Oh, ich bin schon tot. Krass. What's that? Wie krass geht die Runde los hier? Wow. Ja, aber das musste ich trotzdem noch mal loswerden. Ich schätze mal, jetzt kommt da noch... ...schon mal, äh... Oh, ho, ho. Nachgeladen habe ich. Da kommt noch mal jetzt. Oh, das gibt es ja nicht. Krass. Schon wieder. Irgendwie. Ist das ganz... Hat das ganz schön angezogen hier? Wow, wow, wow. So schnell kann ich ja gar nicht schießen. Und da kommt der gleich noch mal. Aber der tut ja eigentlich nix. Auch wenn er so nah ist. Oh. Oh, den einen habe ich fast gehabt. Meine Güte. Den einen habe ich fast gehabt eben. Ich habe hier auch so dreckige Wumms. Ich könnte natürlich mal ein bisschen mehr... ...Feuerkraft gebrochen hier. Ach, nicht schon wieder erschrecken, Mensch. So schön finde ich das jetzt auch nicht. Ich muss mich mehr auf die beiden Viecher da hinten konzentrieren. Ja, komm her. Das gibt's nicht. Krass. Wie heavy ist das? Habe ich irgendwie über Nacht den Schwierigkeitsgrad auf super hart gemacht? Oder was ist hier los? Jetzt werde ich zum vierten Mal schon erschreckt hier. Och, irgendwie habe ich mich jetzt langsam mal nicht gewöhnt. Uah. Da kommt er. Ja. Baby. Oh, das gibt's nicht. Unfassbar. Was sind das für zwei... ...für zwei Halunken hier? Halunken, sag ich schon hier. Ach, nö. Nicht schon wieder. Nun, komm, nun. Voll Känze. Oh, endlich. Meine Güte. Oh, shit. Oh, jetzt hat er mich von nach oben gekriegt. Jetzt hat er mich von nach oben gekriegt. Shit, 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 shit. Nee, oh nee, oh nee, oh nee. Uuuh. Uuuh. Ah, das gibt es doch nicht. Uuuh. Oh mein Gott. Wie oft muss ich hier noch? Nachladen, 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 nachladen. Ich muss gleich alle Feuerkraft haben für die beiden Viecher. So, komm her, ja, boy. Jo. 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 Das gibt's nicht. Krass. Oh my goodness. Ich leh' mir schon mal ein bisschen vor, ja. Komm, boy. Gib mir ein Küsschen. Oh. Komm, du Ratte. Komm her. Oh, ist das schwer. Oh, endlich. Das gibt's ja gar nicht. Was war das für ein Hardcore-Level hier? Boah, war das schwer. Krass, ich bin total angespannt hier. Uuuhuuhu, meine Herren. Voll angezogen hier, das Spiel. Wow, was für ein krasses Level. Oh. Oh, heavy. Krass, so mag's hier. Wow, 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 wow. Oh, ich muss aufpassen. Oh, wow, 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 wow. Oh, hammerzert sie mit dem Vogel. Alter Schwede, was geht hier ab? Voll krass. Oh, 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 oh. Krass. Wow, was war das denn für ein Hardcore-Level hier? Wow. Was geht hier ab? Die wilde Fahrt geht weiter. Wow, 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 wow. Langsam wird mir das Spiel aber unheimlich hier. Was ist hier los? Wow. Voll das... Vom dritten zum vierten Part super angezogen. Super schwierig geworden. Wie ist das? Habe ich vernünftige Wummen hier? Maschinengewehr wäre mal geil. Oh, lieber... Na? Oh, aufpasse, aufpasse, aufpasse hier, du. Da kommt bestimmt auch gleich einer raus. Oh, shit, das war knapp, das war knapp. Oh, 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 oh. Der war einen kleinen Ticken zu nah. Okay. Oh, wir können hier zum Glück weitermachen, sehr schön. Okay. So. Den haben wir, den haben wir. Da kam, da glaube ich, einer. Und hier kommt, glaube ich, auch einer jetzt. Oh, den müssen wir sofort killen. Sonst haben wir keine Chance. Wow, wow, wow. Guck mal. Das ist ja heavy heute hier. Was geht hier ab heute? Wow, wow, wow. Und das Licht ist aus. Oh, shit, 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 shit. Oh, jetzt bin ich ganz nah hier. Aufpassen. Geladen, geladen, geladen. Oh, shit. Oh, shit. Jawohl, weg, Kopf weggeballert. Alter Schwede. Maschinengewehr. Ja, geil. Wie geil ist das denn, Maschinengewehr? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu laut geschrieben. Vor Begeisterung hier. Aber Maschinengewehr, das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Oh. Ist das geil. Ich liebe Maschinengewehr. Oh, 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 oh. Oh, wo ist mein Maschinengewehr? Auffassen. Oh, was ist das hier? Das ist eine krasse Geisterbahn hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Was war das denn? Die hat ja wohl die volle Ladung abgekriegt. Das kann ja gar nicht sein. Die alte Scheißkrankenschwester hier. Oh, wir haben sie einigermaßen. Wir haben sie einigermaßen. Oh, ist das geil. Das Spiel ist einfach mega. Oh, wir haben sie einigermaßen. 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 Oh, wir haben sie einigermaßen.